Für bestimmte Links in diesem Artikel erhält bunte.de eine Provision vom Händler. So können wir dir zum Beispiel besondere Produkte zu unschlagbaren Preisen anbieten. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit einem Icon gekennzeichnet. Happy Shopping! Können wir mit einem Feuchtigkeitsserum, das derzeit bei Amazon weniger als 20 Euro kostet, die meisten unserer Hautprobleme lösen? Die US-Dermatologin Dr. Mona Guara ist fest davon überzeugt, zumindest wenn es um das O-Thermale Hydrants Intense von Aven geht. Das Serum, das ein Bestseller in französischen Apotheken und Drogerien sei, enthalte in seiner Klasse einfach die besten Inhaltsstoffe, sagt die Expertin und spricht eine klare Kaufempfehlung aus. Laut Expertin, das ist das beste Serum aus der Apotheke. Aven O-Thermale Hydrants Intense Ab 18,89 Euro bei Amazon.de Ab 23,95 Euro bei Flaconi.de Aven O-Thermale Hydrants Intense Amazon.de Dermatologin stellt Serum von Aven überragendes Zeugnis aus. Mona Guara erklärt gegenüber der US-Website Verlandgurt.com, Feuchtigkeit sei die wichtigste Basis für eine gesunde Haut. Nur gut hydratisierte Haut sei in der Lage, die Inhaltsstoffe anderer Kosmetikprodukte zu verarbeiten. Trockene, schuppige Haut kann die Aufnahme ihres Produkts beeinflussen, so die Hautärztin. Konkret zum Serum von Aven führt sie aus, ich liebe dieses Serum von Aven. Es funktioniert nicht nur bei hydratisierter Haut, sondern lindert auch Spannungsgefühle und Beschwerden, die bei dehydriierter Haut üblich sind, dank des branchenweit besten Heilmittels der Marke, Temalquellwasser. Da der Beweis dieser Aussage schwer zu erbringen ist, verweist die Dermatologin auf Seiten, auf denen das Serum verkauft wird. Praktisch überall würden sich hier begeisterte Kundinnen zu Wort melden. Und tatsächlich ist das auch bei Amazon der Fall. 84% aller Kundinnen vergeben 4 von 5 Sternen, der Durchschnitt aller Bewertungen liegt sogar bei 4,7. Aven Otermale Hydrants Intense Flakoni.de Wirkstoffkomplex sorgt für frischen Tarn. So wichtig das Temalwasser auch sein mag, der alleinige Wirkstoff ist es nicht. Mindestens ebenso wirksam ist nämlich der COH-Dermaktivstoffkomplex, der aus einem Lipid-Trio besteht. Der COH-Dermaktivstoffkomplex sorgt für einen besseren Zusammenhalt zwischen den Epidermis-Zellen, wodurch der Hydrolipid-Film an der Hautoberfläche wiederhergestellt wird. Die Haut wird langfristig beruhigt und intensiv und langanhaltend mit Feuchtigkeit versorgt. Dadurch gewinnt die Haut Tag für Tag ihre Frische zurück, heißt es dazu vom Serumhersteller. Die Anwendung des Serums wird am Morgen und am Abend empfohlen. Daran hat sich auch Dominique Michel Astorino gehalten, die bei Wellandgurt.com ihre Erfahrungen teilt. Ich hätte nie gedacht, dass ein Feuchtigkeits-Pendendus-Serum so ein Eckpfeiler meiner Gesichtshygiene sein würde, aber hier sind wir, schreibt sie und erläutert dann, es beruhigt meine Haut für Retinol-Behandlungen, bereitet sie so vor, dass meine anderen Seren besser einziehen können und hinterlässt einen taufrischen, federnden Glanz auf meinem Teint. Leicht, aber intensiv feuchtigkeitsspendend, sei das Gel, überhaupt nicht ölig. Inzwischen, so die Testerin, sei das O-Thermale Hydrons Intense auch ihr ständiger Begleiter, wenn es mal mit dem Flugzeug in den Urlaub oder zu einem Ausflug in die Berge gehe.